Hallo zusammen im Designers Inn. Ich möchte euch heute Painter 12 vorstellen von Coral. Eigentlich wollte ich einen Test über Photoshop 6 machen in der Arbeit zusammen mit dem Wacom Cintiq. Tja, nun bin ich über Coral Painter gestolpert und muss sagen, ein tolles Programm macht mehr Spaß als mit Photoshop. Gerade was natürlich das Zeichnen und den kreativen Umgang mit dem Stift und dem Tablet angeht. Aber auch für Bildbearbeitung ist Painter genauso. Ein tolles Programm und da es in der Version 12 wirklich reibungslos mit Photoshop auch zusammenarbeitet, sprich die Ebenen werden erkannt und ich kann die Dokumente beliebig hin und her tauschen und dort weiterarbeiten. Denn es ist nicht nur ein tolles Ergänzungsprodukt zu Photoshop, sondern eigentlich für mich, muss ich sagen, bin ich sehr überzeugt davon, dass es eigentlich das beste Programm für das Zeichnen mit dem Tablet am PC ist. Okay, genug vorneweg. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr findet übrigens auf der Website und auch auf meiner Website dann sehr viele weitere Infos und kleine Filmchen zu dem Programm. Auf der Coral Seite habt ihr dann natürlich noch mehr Informationen zu der Software. Von daher möchte ich vor allem den Umgang und ein paar Einzelheiten zeigen, weil die allgemeinen Dinge sind ja alle dann auch auf der Website nochmal ausführlich vorgestellt. So, was als erstes auffällt, ist die neue Benutzeroberfläche bei Coral Painter. Sehr aufgeräumt und viele schöne Sachen, wie zum Beispiel hier an der Seite dieser Farbmischer. Was mir daran besonders gut gefällt, habe ich einmal eine Farbe festgelegt, kann ich einfach über diesen Außenring, kann ich hier sehr einfach im Rahmen des gleichen Farbspektrums die Farben zuordnen, ohne dass ich jetzt ein knalliges Rot mit einem dezenten Grün mischen würde. Ich bleibe also in einem Farbraum. Das ist eigentlich sehr schön, gerade wenn man harmonische Bilder da erstellen möchte. Also das ist schon mal eine sehr tolle Erfindung. Aber fangen wir vorne an. Das Wichtigste sind mit Sicherheit die Pinsel. Natürlich habe ich auch in Photoshop meine Pinselpaletten. Ich kann dort jede Menge Pinsel reinladen, bearbeiten, tun und machen. Auf der anderen Seite, ja, ich habe nur wirklich viel auch mit Photoshop rumexperimentiert und man bekommt auch vieles hin. Aber auch nach stundenlangen Einstellungen kann man sagen, dass hier bereits die Presets eigentlich besser sind. Doch, doch, muss man schon sagen. Natürlich kann ich genauso in Photoshop auch jedes einzelne Preset nochmal nach meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Bleiben wir erstmal bei den Standards. Nehmen wir mal hier einfach einen Bleistift. So, wunderschön. Also funktioniert, ist druckempfindlich, natürlich. Ich habe hier verschiedenste Möglichkeiten von Bleistiften über einen ganz weichen Bleistift. Also den klassischen 2B. Über Buntstifte, Fettstufen. Unten im Rahmen sieht man immer gleich, wie der Stift später aussehen wird. Dann natürlich die realistischen Spitzen. Also eigentlich alles, was man für die ersten Skizzen... Hier ist man ganz weicher. Dann auch benötigt. So, selbstverständlich kann ich auch gerade Striche, gerade Malstriche. Häkle ich nur hier oben den an und kann dann meine Punkte verbinden. Auch sehr praktisch. Ich kann aber auch den Punkt halten und dann ziehen. Und sehe dann, wie die Linie werden wird. Auch eine sehr schöne Sache. Und gehe ich zurück auf mein Malwerkzeug, bin ich entsprechend wieder zurück im normalen Malmodus. Okay, insgesamt ist das Zeichnen auf dem Tablet sehr flüssig. Corel selbst spricht von einer Geschwindigkeitserhöhung um den Faktor 5. Ja, ich muss sagen, das Programm läuft flüssig. Auch bei komplizierten Pinseln. Ich habe da keine Latenzen groß bemerkt. Von daher hat funktioniert die Optimierung der Software. Es gibt noch eine weitere schöne Neuigkeit. Man kann jetzt, ähnlich wie in Sketchbook, auch gespiegelt malen. Kann also hier einmal festlegen, wie das Ganze aussehen soll. Gehe dann auf meinen Pinsel. Und kann jetzt entsprechend anfangen. Eben gespiegelt meine Sachen zu zeichnen. Sehr praktisch. Okay, das ist keine große Kunst, aber darum geht es jetzt ja auch nicht. Zusätzlich zu dieser Spiegelfunktion gibt es dann noch eine weitere Möglichkeit. Ich kann nicht nur gespiegelt malen, sondern auch als Kaleidoskopflächen anlegen. Ich mache mal kurz eine neue Ebene hier mit diesem Quatsch-Wenk. Also natürlich habe ich hier meine Ebenen, wie in Photoshop genauso. Kann die mehrere Ebenen anlegen, kann die füllen, kann die wiederum auch mit verschiedenen Effekten belegen. Also all die Dinge, die man aus Photoshop kennt, habe ich auch hier in Painter zur Verfügung. Jedenfalls all die Sachen, die ich jetzt hier für das Zeichnen benötige. So, ich kann nicht nur gespiegelt malen. Ich kann sogar auch eine Kaleidoskop-Funktion anwählen. Auch sehr praktisch. Hier kann ich wieder entsprechend das drehen und wenden, wie ich möchte. Ich kann die Anzahl erhöhen. Also eigentlich alle Möglichkeiten, die ich da benötige, sind vorhanden. Malen wir mal. Also man kann hier sehr schnell Ornamente, Hintergrundstrukturen, ach, alles Mögliche bauen. Schauen wir uns noch einmal die Pinsel etwas genauer an. Also die Bibliothek ist erstmal sehr sauber aufgeräumt. Ich habe hier meine verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Acryl, Airbrush, Bleistift. Musterzeichner, eigentlich alles Mögliche, was das Herz begehrt. Im Übrigen liegt auch der Software ein sehr tolles Handbuch bei, wo all diese verschiedenen Pinselmöglichkeiten nochmal nicht nur erklärt, sondern auch gezeigt sind. Das finde ich halt sehr klasse. Also, wie sieht es aus mit den Bleistiften? Welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es? Wie verändern sich dann entsprechend die Stiftspitzen? Auch den Winkel, wie verändert sich da jeweils die gezeichnete Linie? Ich überblätter mal hier einfach ein paar Einzelheiten, wie zum Beispiel der Marker. Borstenpinsel. Übrigens auch sehr toll, dass hier das Papier simuliert wird. Alles mit sehr viel Liebe zum Detail nachempfunden. Und man sieht es auch später bei den einzelnen Pinseln in der Anwendung, dass sich das wirklich gelohnt hat. Es ist wirklich um Meilen besser als jedes andere Zeichenprogramm, was ich bislang auf dem Tisch hatte. Was nicht nur an den schönen Pinseln liegt, sondern vor allem eben auch an diesen verschiedenen Strukturen, die dort abgebildet werden. Es wird das Papier berücksichtigt. Es wird berücksichtigt, wie viel Farbe auf dem Pinsel ist, wie dick der Auftrag der Farbe ist, wie viel Wasser dem beigemischt ist. Wenn ich Pinsel übereinander ziehe, verwischen die Spuren entsprechend, laufen ineinander. Also es ist schon äußerst umfangreich. Hier ob die übereinander laufen. Eigentlich kann man so ziemlich jede Malweise, auch ein geiler Effekt, jede Malweise simulieren, die es in der Realität beim Zeichnen auch gibt und zusammen mit einem vernünftigen Tablet macht es einfach Spaß, hier zu arbeiten. Also wirklich jede Menge Möglichkeiten über Muster, Pinselanpassung etc. für sich das richtige Werkzeug zusammenzustellen. Gehen wir nochmal wieder zurück ins Programm. Besonders hervorheben möchte ich hier nochmal zwei Sachen. Das ist einmal die Farbe, einmal Wasserfarbe und einmal das Zeichnen mit Öl. Hier gibt es nämlich diese sehr schönen Möglichkeiten, dass wirklich der Pinsel toll nachgebildet wird. Ich habe aber auch die Möglichkeiten, dass diese Ebenen halt ineinander laufen und auch diese Farben dann verwischen und sowas. Das sind schon... Natürlich kann ich die Pinselstärke über einen Shortcode, das ist hier Alt-Command einfach gedrückt und dann den Stift größer hin und her schieben, dann wird der Radius größer und kleiner. Bei großen Bildern habe ich hier oben übrigens die Navigator, wo ich dann das Bild nochmal auch platzieren kann, zoomen kann, entsprechend Details besser rausarbeiten kann. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit auf dem Bild hin und her flitzen, sondern kann hier an Details, was auch immer ich hier gerade für ein Detail bearbeite, dran rumbasteln. Hier mal als Effekt, so etwas wie Säure. Ölpinsel hinterher drüber ziehen. Man sieht auch hier, dass sich der Pinsel, da wo ich die Säure drauf geschüttet hatte, entsprechend der übermalte Bereich gleich wieder ändert. Also ich habe das Programm selber erst gerade bekommen und fruchtel hier jetzt gerade ein bisschen wild herum, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, was ich da mache. Aber wie gesagt, ihr habt unten auf der Webseite bei mir dann nochmal die anderen Videos von den Profis, die sich mit dem Programm dann auch auskennen und ein bisschen mehr zeigen, also viel mehr zeigen. Wichtig ist nur, denke mal, was schon mal klar wird, es gibt wirklich alles, was das Herz begehrt. Also wüsste jetzt nicht, was man mit dem Programm zeichnerisch nicht machen kann. Es ist wirklich ein Phänomen, wie viel heute technisch möglich ist und ich bin ja eigentlich ein Verfechter von Photoshop, weil es einfach jetzt auch im Büro mein täglich Brot ist, damit zu arbeiten. Aber jetzt hier bei der Arbeit mit dem Tablet und alles, was jetzt Zeichnen angeht, für mich wird es klar sein, ich werde jetzt hier auf jeden Fall auf Painter umsteigen, was das angeht, was nicht Photoshop schlechter macht, im Gegenteil. Aber dieses Programm ist einfach genau für diesen Zweck zum Malen konzipiert und das merkt man auch in jedem Augenblick, wenn man damit arbeitet. Okay, zur Oberfläche noch ein paar Anmerkungen. Genauso wie man es aus anderen Programmen jetzt kennt, ändern sich hier oben entsprechend die Menüs passend zu den ausgewählten Stiften. Ich habe darüber hinaus meine letzten benutzten Stifte immer schön hier oben sortiert. Natürlich kann man auch alles frei umherschieben, wo es gerade... Also man kann sich die Arbeitsfläche so einrichten, wie man sie gerne hätte. Ach ja, übrigens hier, der Mischer, auch eine tolle Sache. Man kann sich hier die Farben zusammen mischen. Komm mal hier, wenn ich hier rüber ziehe. Also wirklich wie auf so einem Mischbrett beim Zeichnen. Tolle Idee. Ich kann hier meine Farben zusammen basteln und die dann mit der Pipette aufnehmen und damit dann wiederum hier weiterarbeiten. Sehr tolle Idee. Das macht echt Spaß. Ich habe damit schon mal ein bisschen Farben zusammengewurstelt. Die kann man wiederum auch abspeichern und später als fertige Palette wieder hervorzaubern und dann an anderen Bildern vielleicht mit den gleichen Farbstimmungen weiterzuarbeiten. Kaleidoskop und die neue Spiegelfunktion hatte ich vorgestellt. Auch eine schöne Sache ist zum Beispiel das Malen auf trockenen Medien. also ich kann die Pinsel für verschiedene Medien optimiert auswählen. Ich sehe hier zum Beispiel ich habe einen Borstenpinsel ich habe aber auch den Borstenpinsel trocken beispielsweise. So und dann sieht man beim Zeichnen dass wirklich die Farbe dann auch irgendwann aufhört. Ich kann also nicht endlos wenn ich mache meinen Strich immer weiter das ist dann einfach irgendwann am schnellen Strich natürlich ein bisschen besser wenn ich langsam zurückgehe Feierabend was die Farbe angeht. So jetzt nehmen wir als Vergleich mal den Pinsel nass. Da kann ich zum Beispiel viel länger mitziehen bis da wirklich mal die Farbe ausgeht. Dicke Borsten Man sieht sogar hier wenn ich das jetzt mit viel Farbe übermal kriege ich auch den Eindruck dass ich hier irgendwann so einen Farbklecks produziere. Jetzt habe ich einen Mischpinsel mal ausgewählt wenn ich hier jetzt rüber ziehe mit dem Pinsel dann sehen wir dass ich die Farben vermische das ist also jetzt ähnlich wenn die Farben noch nicht ganz trocken sind und ich dann zu früh mit meinem Pinsel rüber male dann ziehe ich hier die Farben entsprechend nach auch das ist wieder ganz toll simuliert auch wenn mein Kunstwerk hier seltsame Blüten zutage bringt ein Wasserkamm ein Wasserkamm also sind alles Funktionen ich wüsste jetzt nicht welches Programm sonst solche Sachen machen kann ich einfach nochmal mit Wasser so ein bisschen nach korrigiere ok aber nicht nur was das Malen angeht auch was die Bildbearbeitung angeht oder Verfremdung von Bildern hat das Programm einiges zu bieten das probieren wir jetzt mal kurz nochmal aus machen wir unser Gemälde einmal in die Mülltonne ich glaube da kann die Welt drauf verzichten platzieren mal irgendein Bild und ich kann jetzt auf dem Bild quasi mit Pinseln arbeiten dazu gibt es auch extra den Bereich Fotopinsel das dann sowas wie Sättigung ändern mal hier ein bisschen blau im Himmel ok Abwedler Bewegungsunschärfe kolorieren Airbrush kolorieren so einfaches kolorieren sind wir schon völlig verdreht da machen wir auch den Hund blau natürlich kann ich auch auf verschiedenste Weise hier beim Bild später wieder kolorieren das auf einzelnen Ebenen bearbeiten hier beispielsweise habe ich mal hier habe ich jetzt mal ein nasses Öl ausgesucht übrigens auch toll dass das simuliert wird wie es weg trocknet auf dem jeweiligen Papier nur mal einen Eindruck zu vermitteln welche Optionen alle eingestellt werden können hier ist mal ein Einblick in die Ebenenpalette zu jedem einzelnen Pinsel also wir haben hier die verschiedenen Pinselformen die Spitzen können die Malwerkzeuge in jeglicher Hinsicht kalibrieren wir können die Spitzentypen für jeden Pinsel nochmal anpassen die Strichart ob es im Kamm ist mehrfach oder über einen Schlauch die Methode ob es nass sein soll ob es als Marker Verzehrung der Radierer deckend gezeichnet lasierend die Farbe ersetzt ob es ineinander läuft also auch da alles mögliche kann eingestellt werden Größe logischerweise der Abstand der einzelnen Elemente der Winkel wie sich der verhält ob das per Zufall per Druck per Rad oder wie auch immer eingestellt werden soll also hier gibt es tonnenweise Möglichkeiten alles so zu konfigurieren wie man es braucht die gute Nachricht ist die Setups jedenfalls muss ich das sagen für meinen ersten Eindruck sind mittlerweile so gut da muss man schon wirklich extrem ins Programm eintauchen um zu sagen Mensch ich muss da jetzt meinen Pinsel weiter optimieren aber klar wer viel damit arbeitet will ja die Möglichkeiten haben und ja soweit ich das jetzt beurteilen kann ist eigentlich alles da was das Herz begehrt um die einzelnen Pinselspitzen so zu konfigurieren dass ich damit optimal arbeiten kann ok ich hoffe ihr habt einen ganz kleinen ersten Eindruck in Coral Painter bekommen außer meine vielen Lobhymnen dass es ein tolles Programm ist neu hinzugekommen an Funktionen ist halt das Klonen ist die Funktion der Spiegelung die hatte ich mal kurz gezeigt es ist das neue Menü wo die Pinsel ordentlich durchkategoriert sind ich kann also viel schneller jetzt darauf zugreifen und kriege nicht eine 10 Meter lange Liste an Pinsel sehr gut gelöst finde ich eben auch dass ich jetzt meine Fenster frei anlegen kann wie ich das aus anderen Programmen kenne ich habe hier meinen Ebenen Editor ich habe meine verschiedenen Kanäle die ich anschauen kann die Geschichte mit den Farben sowohl den Farbselektor finde ich extrem genial die Mischpalette eine ganz tolle Idee weil es wirklich auch der realistischen Arbeit also der Arbeiten wirklich auf einer Leinwand dann entsprechend näher kommt und auch dass die Farben ineinander laufen je nach Raumfeuchtigkeit kann man schon fast sagen und alles toll simuliert der Navigator hier oben kennt man auch aus anderen Programmen hat also auch jetzt hier Einzug gefunden eine sinnvolle Sache gerade wenn man auf großen Leinwänden arbeitet dass man sich hier wirklich auf Details konzentrieren kann und nicht immer rein und raus zoomen muss sondern über den Navigator schnell dahin kommt wo man hin möchte ja die letzten Pinselspitzen nochmal als Extrafenster finde ich auch eine gute Idee weil natürlich macht man nicht so einen Quatsch wie ich jetzt hier heute sondern man hat seine 2, 3, 4 Werkzeuge die man braucht dann immer im schnellen Zugriff und muss nicht immer durch die Paletten auch wenn sie schön aufgeräumt sind aber es ist natürlich schon sinnvoller wenn ich meine Favorites immer gleich im schnellen Zugriff habe ich kann dazu alles über Shortcodes lösen also Pinselgröße, Deckkraft, Winkel läuft alles über Tastenkombination selbstverständlich kann ich auch über die klassischen Menüs einstellen aber ich denke mal über Tastenkombination ist es weitaus bequemer die kann ich auch selber festlegen über Voreinstellung über Voreinstellung was für ein Wunder haben wir hier entsprechend die Möglichkeiten das Programm für uns etwas zu optimieren anzupassen die Leistung anzupassen ach ja ist natürlich auch für Mehrkernprozessoren jetzt optimiert ich habe jetzt hier in acht Kern sieben Kern habe ich jetzt hier in Verwendung für Painter mal reserviert wie die Form angezeigt werden sollen auch das kennt man ja von Photoshop haben wir hier genauso also insgesamt jeder der mit Photoshop gearbeitet hat oder arbeitet wird sich hier schnell zurechtfinden und so fühlt sich hier sehr gut zu Hause hier habe ich die verschiedenen Befehle sie dann entsprechend auch aufbereitet mit welcher Tastenkombination ist das gewünschte verknüpft die definiere ich dann einfach neu so wie ich es haben möchte es gibt hier auch gewisse Presets also die Standardeinstellungen die können entweder nach Corel ausgerichtet sein es gibt sogar ein Preset wonach das Programm gleich versucht die gleichen Tastenkombinationen wie sie in Photoshop üblich sind hier auch zu übernehmen also Zoom, die Hand etc all das ist schon vorbelegt wie man es aus dem anderen Programm kennt also hier kann man sehr schön wo wir gerade bei Hand sind Hand in Hand arbeiten zwischen den beiden Programmen ach ja, eine Sache war noch toll das hatte ich beim Überfliegen mal gesehen das Perspektiv-Raster fand ich eine gute Idee Raster einblenden Perspektiv-Raster, ja ah ja, da haben wir es ja siehst du ach so, mein Bildchen ist so klein genau so, hier kann ich natürlich den Raum drehen und wenden wie ich es benötige kann den Fluchtpunkt entsprechend verschieben was es mir natürlich dann ganz enorm erleichtert entsprechend Dinge im Raum dann eben zu zeichnen und so, genau ja, Malwerkzeuge haben wir jetzt mehrfach besprochen ansonsten Formen drehen ich kann also auch die Objekte auswählen an- und ausklicken wie ich das kenne natürlich beschneiden transformieren also all die Dinge die man zur Bearbeitung benötigt hier oben ändern sich entsprechend immer die Möglichkeiten ganz normal skalieren natürlich kann es auch verzerren das funktioniert dann mit jeder Ebene klar also ist schon nicht jetzt nur das Malprogramm sondern ich kann auch sehr umfangreich hier mit meinen Bildern rum experimentieren bis hin zur Bildoptimierung geht mit dem Stift dann natürlich sehr komfortabel und die einzelnen Funktionen gerade was das Kolorieren, Nachkolorieren oder Aufbereiten von Fotos angeht wenn man jetzt mal nicht so einen Quatsch macht wie ich hier kann man das wunderbar nutzen für die Bildretusche insbesondere was die Effekte angeht die ich jetzt in Photoshop so nicht zur Verfügung habe kann ich hier wunderbar vorarbeiten das dann rüber zu Photoshop nehmen und dort dann die rein fototechnischen Arbeiten abschließen ja ich hoffe ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen was Coral Painter ist was man damit leisten kann ist natürlich nur ganz an der Oberfläche gekratzt für mehr Informationen geht einfach auf die Webseite coral.com da findet ihr jede Menge Infos zu den Neuerungen zu den einzelnen Funktionen schöne Videos wo nochmal einzelne Sachen im Detail schön vorgestellt sind kann man einfach mal durchklicken die sind auch immer nicht lang sind ja nur 1-2 Minuten ja probiert das Programm aus ihr könnt eine 30-Tage-Testversion kostenlos von der Seite herunterladen schaut ob es euch gefällt vom Handling zu eurem Arbeiten passt hier und da sind noch ein, zwei Menüs die ich ein bisschen suchen musste aber okay das ist halt bei einem so komplexen Programm sicherlich nicht anders möglich irgendwo müssen all die Punkte hin und da muss man zur Not auch mal in das Handbuch hereinschauen das Handbuch selber ist gut geschrieben also nicht nur ein, zwei Sätze installieren und fertig sondern auch da sind die einzelnen Pinsel vorgestellt wie kann man mitarbeiten wie kann man sie optimieren was kann man an Fotoretusche mit dem Programm machen wie kann man Fotos kolorieren andere Objekte mit einem Pinseleffekt in ein Foto reinstempeln also es gibt echt hunderte Möglichkeiten tausende mit dem Programm umzugehen ja macht euch ein Bild ich hoffe euch gefällt es und ich habe euch hier nicht auf eine falsche Fährte geführt viel Spaß und bis zum nächsten Mal dann und ich hoffe euch über den Informationen lifts euch eure courtEN ein bisschen die unten im 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 Vielen Dank.